Das ist ein klassischer Thin-Client. So kennen Sie ihn vermutlich schon. Aber wussten Sie, dass auch das ein Thin-Client sein kann? Zu Beginn der Pandemie wurde innerhalb weniger Wochen eine Vielzahl an Laptops angeschafft. Zeit für eine genaue Bedarfsanalyse oder ein detailliertes Security-Konzept lief dabei nicht. Heimnetzwerke, private Geräte und Drittanbieter bieten Angriffsmöglichkeiten für Cyberkriminelle. Eine Studie von Forrester zeigt, 67% der Angriffe zielen auf Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter ab, die remote arbeiten. Unternehmen müssen ihre IT-Sicherheit also in allen Bedrohungsbereichen verbessern. Ein möglicher Weg ist die Konvertierung der vielen angeschafften Laptops in Thin-Clients. Aber wie funktioniert das? IT-Teams haben mehrere Möglichkeiten. Beispielsweise bietet der Hersteller Eagle ein eigenes Betriebssystem dafür an. Dieses Betriebssystem wird direkt auf den Endgeräten der Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter installiert. Voraussetzung ist, dass das Device 64-Bit x86 mit einem 2-Gigahertz-Prozessor und 4 GB RAM aufweist. Eine schlüsselfertige Gerätekonvertierungstechnologie unterstützt die umfassende Umwandlung. Da der klassische Hardware-Refresh-Zyklus dadurch entweder verzögert oder ganz vermieden wird, kann dieser Ansatz zu hohen Einsparungen führen. Verwenden die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter vorrangig eigene, private Endgeräte, empfehlen wir die Eagle UD Pocket USB-Boot-Geräte. Ein persönlicher PC kann dadurch in eine sichere Instanz von Eagle UD OS gebootet werden. Diese ist vollständig isoliert und unabhängig vom lokal installierten und persönlichen Betriebssystem. Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter haben also trotzdem die Möglichkeit, ein separates persönliches Betriebssystem auszuführen, wenn sie das Gerät nicht für geschäftliche Zwecke verwenden. Durch diese Lösung können persönliche Endgeräte genauso konfiguriert und verwaltet werden wie firmeneigene Endgeräte. Was sind also die Vorteile dieser Konvertierung? Die Umwandlung von Notebooks in Thin-Clients ist eine Möglichkeit, das Unternehmen in Zeiten von Homeoffice zu schützen. Die Arbeitsumgebung läuft im geschützten Rechenzentrum und Firmendaten werden nicht direkt auf den Geräten gespeichert. Sie benötigen Unterstützung bei der Umwandlung der Endgeräte? Gerne unterstützen wir Sie dabei. Wir machen Ihren Arbeitsplatz einfach sicher. ACP Modern Workplace – ein Technologieerlebnis, das Freude bereitet.